Nautilus Lesezeichen Beim Internetbrowser Firefox erleichtern es sogenannte Lesezeichen, schnell mit einem Klick zu einer bestimmten Seite im Internet zu gelangen. Ganz genauso gibt es beim Dateibrowser Nautilus bei Gnome Lesezeichen für Verzeichnisse, um sich so mit einem Klick in einen bestimmten Ordner zu katapultieren. Schon vorhandene Lesezeichen findet man unter dem Menü Orte oder in einem Fenster im Menü Orte oder im Menü Lesezeichen. Möchte man Lesezeichen hinzufügen, öffnet man das Zielverzeichnis und klickt auf Lesezeichen hinzufügen oder drückt gleichzeitig die Tasten STRG und D. Um Lesezeichen zu bearbeiten oder zu entfernen, klickt man auf Lesezeichen, Lesezeichen bearbeiten oder drückt gleichzeitig die Tasten STRG und B. Gespeichert werden die Lesezeichen in der verborgenen Datei .gtk-bookmarks im Home-Verzeichnis. Dort können die Lesezeichen ebenfalls bearbeitet werden. Ciao und viel Glück! . 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